Was schlägt sich denn aus? Ich hab noch Video! Ich hab noch Video! Ich hab schon wieder was. Das war eine Kammerverlustung! Ich hab das gesehen! Das war eine Kammerverlustung! Das war eine Kammerverlustung! Ja, Sie sind da ruhig, ne? Nein, das war eine Kammerverlustung! Oh, das hab ich nicht verletzt! Das verlieren wir in die Überraschung! Und darf uns nicht anfassen! Wir fassen euch auch nicht an! So, alle die jetzt hier stehen, ne? Die gelten als Versammlung! Als Spaziergang! Hey! Das ist eine Polizeikette, ja? So! So! Sie, von Ihnen selber, kann er mit dem Klappen eingehen! Halt! 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 Hamert! Yes! Halt! Ich bin selber dabei, w Institute! Ach! Slow... Mag Clement! Mag Clement! Heiele! Russe, allzu? Ich kann ja einigen, wenn viele Leute minimalen sind! Was die Kinder sehen? Ah.. Sie! marem Ah.. Der Polizist hat gerade gesagt, er soll ihm weh tun. Warum macht er das? Freiheit, Selbstbestimmung! Frieden, 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 Freiheit, Selbstbestimmung! Und deshalb müssen wir die Pandemiebekämpfung, die Vorbereitung des Pandemiegesetzes, es wird nicht so wie früher, das ist eine Attacke auf den Föderalismus.